Grüß Leute, ich wollte mal dieses Video machen, es war ein Abonnent von mir, wollte dass ich dieses Video mache, der hat jetzt einen eigenen Kanal, ihr könnt mal bei ihm vorbeigucken, also seinen Kanal durchschicken, der heißt Cook Live Decola. Der Kanal hat der nicht so lange, deswegen guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei, ich gucke noch ein bisschen YouTube Videos, und hole mir nochmal ein Kratzeis, vorhin hatte ich mir ein Kratzeis geholt, also auch für meinen Freund, Zitrone. Ja, also checkt auf jeden Fall seinen Kanal, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben, gib mir ein Abo, und schreib was in die Kommentare, bis dann, Peace.